Wer? Wer? Alter! So, kaputt! M Oh, verstehe Ach du Scheiße Oh Gott Ich krieg direkt wieder ohne die upwards Vibes, ey Was? Masterpiece, nein Oh, wir haben Bilder für zuhause, genau Darunter sollte ich wahrscheinlich nicht jumpen Um die Grütze Hä? Genau deswegen Ah, okay Moment Oh Falsch, ich bin wieder ganz oben Oh 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 Fiddlesticks Fiddlesticks Oh 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 Ach Ach Bounce Pad Okay 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 Ich dachte, das ist ein Button Oh 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 Beteiligung Beteiligung 25 Habe ich Was Habe ich jetzt für eine Cloak Oh Oh Da Das ist besser Ähm Oh 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 Ach du Scheiße Oh 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 Mann Warte Ist da oben was, weil nicht so ein Bounce Pad ist? Nee Okay Okay Muss so ein Bounce Pad sein Scheiße Aber Gefällt mir sehr gut, auch wenn es ein bisschen so Ich habe Run Parcours Gedöns ist Ich habe tatsächlich durch das Only Upwards with Friends ein bisschen Spifalen an sowas gefunden Auch wenn das einen sehr hohen Frustgrad teilweise hat Haben wir Tatsächlich Ende August jetzt Also am 29. August 2023 Mal genau das Datum zu nennen Ähm Vom Live Stream gespielt Und ähm Der Flow Der Capture and Chaos Und ich Wir haben beide Höhenangst Und dann halt sowas spielen Ich meine Bei mir hat man das nicht so angemerkt Weil ich habe zwar Höhenangst aber nicht so schlimm wie er Und ähm Meine Höhenangst Zum einen wie gesagt wirkt die sich nicht so aus Wie bei ihm und zum anderen Ich kann so gerade rüber gucken So runter ist so schwierig aber Wenn ich gerade wo muss ich denn hier lang ran Tja Also hier waren wir glaube ich ne Boing Das sieht doch ganz fisch verbrechend aus Hier waren wir glaube ich schon mal Da oben müssen wir lang Ah Ist da noch Loot? Das ist noch die Karte Oh ja Da sind noch Kisten Da sind noch Chests Da muss ich hin ne Ja Da ist auch ein Aufladelink für Leben Ok Da ist eine Kiste Und hinter uns ist noch Ein Hier oben drauf ne Nee Nee Ja hier ist noch ein Wunderkiste Huh Hm Oh Ach Das wird sie sein Cool Also Oh Um Ok Wenn du Im Blum so Bouncy-bouncy? Genau. Aber... Achso. Oh, das war... Oh. Ja, nun. Okay. Dachte mir nicht jetzt so die Kiste und so, aber da müssen wir dann eh hin. Okay. Gewehr-Munition. Okay. Danke. So. Und mach ich mal den da? Haru! Hi! So. Du sprichst wirklich. Ja, natürlich. Gewehr-Munition. Wo ist mein Gewehr? Ja. Okay. Probieren wir das doch mal so. Alter. Gescheuert? Ich dachte Haru ist noch blauer. Das sah jedenfalls immer so aus. Alter. Laut! Das ist das Zeug. Alter. Da. Oh. Hahaha. Heilung. Ah! Man kann das kaputt machen. Sehr gut. Sollten wir das vielleicht auch tun. Das ist vielleicht dann etwas besser mit dem... Ich schmeiße mit Sprengkraft um. Wo zieht er da denn noch her, Mann? Auf die Mütze! Auf die Mütze! Auf die Mütze! Auf die Mütze! Ich bin weg. Logan! 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 Bereit! Ah! Jajaaja! Ah. Kampf... Ja, mhm. Eigentlich egal, oder? Weil... Hier fehlen immer noch Sachen, die sind noch logget. Wahrscheinlich werden die mit einem Update eingepatcht. erst mal looten war das hier mal eine spielzeugfabrik oder was kann ich mich hier noch mal heilen ja müsste aber eigentlich gehen chemie equipment reset power dann machen wir das mal alles fein kaputt gehen da ist login ungelogen dieser bilder we finally come face to face also a core member now so come from my head well i ain't gonna make it easy for you it's okay wenn wir ja nur reden drei minuten ich habe einen drei minuten tag warum habe ich drei minuten timer auf der scheiße willst du mich verarschen warum ich bin bisschen stiller weil ich versuche mich zu konzentrieren kennt ihr vielleicht der macht ganz schön schaden noch ne 41 der ist fast so wie wir das war ein krit also wenn er in der ecke bleibt das geht sehr schön ich habe keine ahnung warum da ein timer drauf ist aber letzte heilung sollte aber passen so login jetzt ist immer gut hier komm mal wieder runter da kann man nicht einfach nur reden man oh ja die maske verloren gehabt grace grace wie jetzt benjo hatte recht du bist logenschwir und grace du kochst jetzt für logan hä hä apologies i had no choice but to hide my identity in fact i was working with logan all along i saw you fall off that cliff and followed you inside warum relax we're the good guys and we mean you no harm wie seid die guten working together behind the scenes in order to save sandrock and we need your help hä das verstehe ich nicht ich wusste dass logan kein schlechter kerl ist ich werde euch bei dem liebens glauben sandrock was ist ja ich hätte mir schon gedacht dass er kein schlechter kerl ist okay mach weiter na dann ich glaube dass ihr bereits wisstet ihr den gist des Tempelinszidenz naja amt all i wanted was to get my pa out so we could take him to another doctor but miguel wasn't gonna let me ja er wollte ihn zu seinem okay er wollte zu einem anderen arzt bringen miguel wollte nicht okay klingt nach miguel und ich mag miguel nicht also ist er mir gerade auch schon mal ein bisschen sympathischer okay also er bereut ist zumindest schon mal gut a pa woke up from his coma then and uttered logan protect sandrock duvos before he left us jetzt